Elon Musk liegt Details zum Starship-Start in Diablo 4 Gaming Video. Booster-Landung wohl nur ganz knapp an einer Kraterung vorbeigeschrammt. Booster 13 für Fluke 6 sieht Feuer. Nächster Starship-Start Nummer 6 unter aktueller Startlizenz möglich. Hot-Staging-Ring von Flug 5 geborgen. Q8 kehrt heil zur Erde zurück. InterSat 33E von Boeing bricht im Orbit auseinander. Blue Origin installiert alle Triebwerke für New Glenn Erstflug. ULA Vulcan wohl trotz Feststoffboosterschaden Pentagon-tauglich. Und die Kness arbeitet an einem europäischen Raumanzug. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, der Raumfahrtkanal im Deutschen Sprachraum. SpaceX 5, der Testflug des Starship-Systems, ist wohl nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Elon Musk postete am 25. Oktober ein Video auf X, das ihn vermutlich beim Diablo 4 Spielen zeigt. Jedoch statt der Spielgeräusche konnte man wohl ein Gespräch von SpaceX-Mitarbeitern mit Elon Musk hören. Dabei waren im Hintergrund auch das Klicken und Geräusche der Tastatur zu hören, die mit dem gezeigten Spielstil übereinstimmen. Er scheint also da gezockt zu haben, während er dieses Briefing hatte. Es ist nicht so ganz klar, wer außer Elon Musk noch zu hören ist. Ich meine die Frauenstimme als die ehemalige NASA-Offizielle und nun Starbase-Chefin Kathy Lüders zu identifizieren. Laut dieser Konversation stand die Landung von Flug 5 kurz vor einem automatischen Abbruch. Eine Stimme beschrieb ein Problem mit der Landebrennphase in dem Gespräch. Ein falsch konfigurierter Parameter, der sorgte dafür, dass sich der Druck in den Raptor-Triebwerken nicht wie vorgesehen erhöhte. Eine Sekunde später hätte das System möglicherweise einen Abbruch ausgelöst und den Booster neben dem Start- und Fangturm in den Boden crashen lassen. Zusätzlich ging während der Rückkehr eine Abdeckung an der Booster-Seite, an den Booster-Chines verloren. Diese Abdeckung, die flog in unmittelbarer Nähe von wichtigen Bauteilen ab, die für die lernende Brennphase entscheidend sind. Dass sich genau diese aerodynamischen Abdeckungen lösen könnten, das war vorher bereits diskutiert worden. Glücklicherweise gab es keinen Schaden, doch SpaceX plant Anpassungen, um ein solches Risiko zukünftig zu vermeiden. Dass die Tonaufnahme eventuell nicht so ganz unbeabsichtigt veröffentlicht wurde, dafür spricht, dass sie immer noch online ist. Ich verlinke euch den Post unter dem Video. Ein weiteres Indiz wäre, dass Elon Musk mit einem Smiley bestätigt hat, dass er das Ganze mitbekommen hat. Im Gespräch wird auch gesagt, dass das Hauptaugenmerk für den nächsten Start, also den sechsten Flug, auf der Risikominimierung des Boosters liegt und nicht auf der Erweiterung des Flugprofils. Ohne den Zeitdruck der FAA-Lizenz könne man bei diesem Flug eine bessere Balance zwischen Risikominderung und Geschwindigkeit finden. Das Ziel sei, ein hohes Tempo beizubehalten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit des Boosters einzugehen. Es wird weiterhin im Gespräch gesagt, es wäre nicht die Zeit, alles so gründlich zu prüfen, wie sie das in einem perfekten Szenario gerne tun würden. Aber es sei das erste Mal seit langem, wenn nicht überhaupt immer, dass SpaceX beim Starship nicht durch die FAA limitiert sei. Es soll nun ein vernünftiger Kompromiss aus Geschwindigkeit und der Risikominimierung gefunden werden. SpaceX steht damit aber natürlich trotzdem vor einem spannenden Schritt, ist ja die leistungsfähigste größte Rakete, die je gebaut wurde. Für den nächsten Flug der Starship-Rakete, also der sechste Flug, hat das Unternehmen bereits im Voraus eine Genehmigung der FAA, also Federal Aviation Administration, der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde. Anders als bei früheren Starship-Starts, bei denen die Startlizenz oft erst Stunden vor dem Start eingetrudelt ist, ist diese Genehmigung bereits im Update für den fünften Flug enthalten, also für den letzten. Die FAA erklärte, dass die von SpaceX angeforderten Änderungen im Rahmen dessen liegen, was vorher analysiert wurde. Wenn die News am Sonntagmorgen, 27. Oktober erscheinen, ist es genau zwei Wochen her, dass Booster 12 und Chip 30 auf den fünften vollintegrierten Starship-Flug gestartet sind. Diese Woche hat SpaceX bereits mit dem nächsten Booster 13 den statischen Feuertest durchgeführt. Da Chip 31 bereits statisch getestet ist, werden nun die Tests der gesamten Rakete erwartet. Mittlerweile steht Booster 13 wieder am Bauplatz und wird voraussichtlich auf die Tests der gesamten Rakete vorbereitet. Da die FAA, wie gesagt, einen Start unter Flug-5-Bedingungen mit der letzten Startgenehmigung grundsätzlich erlaubt hat, wird ein Start in den kommenden Wochen immer wahrscheinlicher. Für diesen Start würde ich erwarten, dass SpaceX erneut versuchen wird, den Booster nach dem Start präziser auf dem Start, um zu landen. Auch die Landung der Oberstufe gelang ja kontrolliert auf dem letzten Flug, was mittlerweile SpaceX auf einem Video geteilt hat. Was eigentlich bereits auf Flug 3 getestet werden sollte, war das Widerzinnen eines Oberstufen-Raptors im Orbit für das kontrollierte Absenken der Flugbahn, wie es für einen kontrollierten Wiedereintritt aus einem vollständigen Orbit ja benötigt wird. Bisher flog Starship ja nur auf suborbitalen Bahnen. SpaceX muss aber sicherstellen, dass Starship kontrolliert zurückkehrt, da ein unkontrollierter Wiedereintritt eines so großen Raumschiffs wie Starship eine potenzielle Riesengefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen würde. Apropos Größe, wie der SpaceX-Chef Elon Musk diese Woche auf X schreibt, wird sich die gesamte Starship-Rakete in den nächsten Jahren deutlich verlängern. Außerdem wird es in 10 Jahren wahrscheinlich einen Starship mit einem viel größeren Durchmesser geben. Die ursprünglich geplante BFA, also Big Fucking Rocket oder Big Falcon Rocket, sollte zum Beispiel einen Durchmesser von 12 Metern haben. Das aktuelle Starship-Design setzt ja auf 9 Meter Hauptdurchmesser. Was die Nutzlast anbetrifft, sind möglichst große Raketen erstrebenswert. Demgegenüber steht unter anderem aber die größere Komplexität der Fertigung. Angetrieben wird das SpaceX-Dash bekanntlich durch das Raptor-Triebwerk, das modernste flugerprobte Raketentriebwerk der Welt. Wie die Kollegen von NASA Spaceflight beobachtet haben, wurde ein einzelnes Triebwerk in dieser Woche ganze 35 Mal in kurzen Abständen wiedergezündet. Ein gutes Indiz dafür, dass SpaceX das Triebwerk trotz seiner Komplexität sehr gut im Griff hat und es neben langen Brenndauern auch das sehr dynamische Starten und Stoppen verträgt. Mit Sicherheit eine Schlüsseltechnologie für die von SpaceX angestrebte, schnelle, verlässliche, vollständige Wiederverwendbarkeit. Genau die, die soll ja die Raumfahrt eher Richtung Luftfahrt bringen und das Risiko sowie die Kosten dramatisch senken. Aktuell nicht für die Wiederverwendung vorgesehen der Hot-Staging-Ring. Das heißt der Zwischenring, durch den die Oberstufenraptoren bei der Stufentrennung feuern. Der zugehörige Ring von Flug 5, der wurde diese Woche in einem Stück aus dem Golf von Mexiko gefischt und wird mit Sicherheit eingehend analysiert. Das Hot-Staging, das hat SpaceX relativ kurzfristig vor etwa einem Jahr eingeführt, weil das vorherige Konzept der Stufentrennung nicht aufgegangen war. Aktuell hat man den Ring wegen seines Gewichts und des Massenschwerpunkts vor der Landung abgeworfen. Das soll sich mittelfristig aber ändern. Der Herbst ist da und mit ihm das typisch wechselhafte Wetter. Feuchtes, rutschiges Laub bedeckt die Wege, samt auf den Spielplätzen ist nass und der Regen begleitet uns bei jedem Schritt. Doch das muss kein Grund sein, dein Outdoor-Abenteuer zu verschieben. Mit dem Woolcross X Alpine von Geeswein bist du bestens für Herbstspaziergänge und Wanderungen gerüstet. Ganz egal, was das Wetter mit sich bringt. Der Woolcross X Alpine vereint als innovativer Wanderschuh zwei unverzichtbare Eigenschaften, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Dank seiner speziellen Außenmaterials bleiben deine Füße auch bei strömendem Regen trocken, während das Geeswein-Innenfutter aus hochwertiger Merino-Wolle für ein optimales Fußklima sorgt. Als langjähriger Fan von Geeswein und Merino-Wolle als Schuhmaterial weiß ich schon längst, wie gut sich diese natürliche Faser bei allen Wetterbedingungen bewährt. Ob bei kaltem Wind oder unerwartetem Sonnenschein, deine Füße fühlen sich immer angenehm. Die Micro-Grip-Sode bietet dir zusätzlich außergewöhnliche Trittfestigkeit, selbst auf nassem Laub oder glattem Fels. Ob für meine ausgedehnten Wanderungen in den herbstlichen Wäldern oder für nasskalte Wintertage in der Stadt, der Woolcross X Alpine von Geeswein, der ist mein verlässlicher Begleiter. Mit meinem Link bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Geeswein-Sortiment, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Die Starts der vergangenen Woche. Am Dienstag, 22. Oktober, ist von Taichuan ein langer Marsch 6 gestartet. An Bord befand sich die Nutzlast Tianping 3. Tianping 3-Satelliten können als Benchmark für den Vergleich und die Validierung der Messung von bodengestützter Radargeräte verwendet werden. Am Mittwoch, 23. Oktober, ist von Xi Cheng eine lange Marsch 2C gestartet mit einer Gruppe Yaugan Erdbeobachtungssatelliten. China betreibt eine Konstellation dieser Satelliten, über deren Fähigkeiten mitunter nur wenig bekannt ist. Blue Origin hat am 23. Oktober den Jungfernflug einer neuen New Shepard-Kapsel durchgeführt. Der Flug ohne Crew, der hat mit knapp über 100 Kilometern eine etwas geringe Flughöhe gehabt als vorherige Mission. Mit 100 Kilometern wurde die Kaman-Linie als festgelegte Grenze zum Weltraum aber überschritten. Ja und die neue Kapsel, die hatte man passenderweise RSS Kaman-Line getauft. Die Kapsel soll laut Blue Origin über Upgrades für bessere Wiederverwendbarkeit und höhere Leistung ausgestattet sein. Neben Tourismusflügen steigt auch das Interesse an Forschungsmissionen. Beim vorherigen Flug NS-26 war erstmals ein NASA-Wissenschaftler Teil der Crew. Auf dem aktuellen Flug ohne Crew transportiert die Kapsel 12 Experimente, darunter das neue Navigationssystem NS-Navi und LiDAR-Sensoren, die für zukünftige Mondlandung getestet werden. Blue Origin ist neben SpaceX der zweite Anbieter von einer kommerziellen Mondlandefähre für die NASA Artemis-Missionen. Auch das chinesische Raumfahrt-Startup Deep Blue Aerospace plant ab 2027 suborbitalen Touristenflüge. Aktuell wird die Rakete Nebula 1 entwickelt und auf Wiederverwendbarkeit getestet. Nach ersten Tests der Crew-Kapsel ab 2026 sollen kommerzielle Flüge beginnen. Tickets, die kosten ab 210.000 US-Dollar aufwärts. Ähnlich wie bei Blue Origin soll die Kapsel eine Höhe von 100 bis 150 Kilometern erreichen und bis zu 10 Minuten Schwererlosigkeit ermöglichen. Aber zurück zu den Starts der vergangenen Woche. Am Mittwoch 23. Oktober hat SpaceX von Cape Canaveral eine Ladung Starlings gestartet. Es ist nicht ganz klar, welchen Start diese Aufnahmen hier zeigen, aber etwa zeitgleich zu dem Start, da wurde diese Kameraansicht veröffentlicht, die die Nutzlastverkleidung einer Falcon 9 mit Starlings zeigt. SpaceX ist die einzige Firma, die neben den R-Stufenboostern auch die Nutzlastverkleidung wiederverwendet. Nach der Separation gleiten diese durch die Atmosphäre und landen an einem Fallschirmweich im Meer, wo sie dann von Support-Schiffen von SpaceX eingesammelt werden. Am Donnerstag, 24. Oktober hat SpaceX für das Pentagon von Veneböck Enrol 167 gestartet. Es war der 100. erfolgreiche Orbitalstadt für SpaceX in diesem Jahr. Ja und wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte SpaceX dann am Samstagabend von Cape Canaveral mittels Falcon 9 nochmal eine Ladung Starlings hinterhergeschoben haben. Der geostationäre Satellit Intelsat 33e ist im Geo auseinandergebrochen. Der Auswahl des Satelliten, der hat zu Kommunikationsausfällen in Europa, Afrika und Teilen Asiens geführt. Betreiber Intelsat und Produzent Boeing haben den Satelliten mittlerweile als Totalverlust eingestuft. Ein Untersuchungsausschuss, der soll nun die Ursache klären. Brisant wie SpaceNews.com berichtet, war der Satellit zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht versichert. Die US Space Force, die registrierte etwa 20 Trümmerteile im Orbit, mittlerweile ist von über 60 verfolgbaren Trümmerteilen die Rede. Intelsat leitete betroffene Kunden auf alternative Satelliten um. Der 2016 gestartete und seit 2017 aktive Intelsat 33e, der hatte aber bereits Antriebsprobleme, die seine Lebensdauer auf jeden Fall verkürzt hätten. Es ist nach Intelsat 29e der zweite Totalverlust des von Boeing gebauten Satellitentyps. Die Crew-8-Besatzung ist nach 235 Tagen im All sicher zur Erde zurückgekehrt. Die NASA-Astronauten Matthew Dominik, Michael Barrett, Janet Epps und der russische Kosmonaut Alexander Grebenkin landeten am 25. Oktober sicher im Golf von Mexiko. Ursprünglich war die Rückkehr für den 8. Oktober geplant, doch schlechtes Wetter vor Florida verzögerte die Landung. Während ihrer Mission hatte die Crew-8 zahlreiche Experimente auf der ISS durchgeführt, sowie zwei Außenbordeinsätze versucht, die jedoch aufgrund technischer Probleme abgebrochen wurden. Blue Origin hat mit der Installation aller 7BI-Vortriebwerke an der ersten Stufe seiner neuen Schwerlastrakete New Glenn einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Erstflug erreicht. Das Unternehmen hat dazu am Donnerstag auf LinkedIn und X ein Foto veröffentlicht und könnte den ersten Start noch dieses Jahr anpeilen. Allerdings sind bis dahin noch ein paar Schritte notwendig, nur die ganze Rakete muss zur Startrampe da integriert werden. Test der Betankung stehen an, Probedurchläufe der Startvorbereitung, sowie dann der finale Triebwerkstest aller 7BI-Vortriebwerke auf der Startrampe in der Cape Canaveral Space Force Station. Wie Washington Post Reporter Christian Davenport berichtet, gibt es gute Fortschritte beim Erteilen einer FAA-Startlizenz für die New Glenn. Ein Startermin im November, das sei sportlich, so Davenport, aber möglich. Blue Origin-CEO Dave Limp erklärte auf X, dass drei der sieben Triebwerke über eine Schubvektorsteuerung verfügen, die eine präzise Steuerung während des Starts, des Wiedereintritts und der Landung auf Blue Origins Offshore-Bergungsschiff ermöglichen. Das wollen die auch tatsächlich beim ersten Flug dann versuchen. Die sieben BIV-Triebwerke, die Flüssigmethan und Flüssigsauerstoff als Treibstoff verwenden, erzeugen laut Limp zusammen über 1700 Tonnen Schub. Das BIV-Triebwerk wird gleichfalls an der neuen Vulcan von ULA eingesetzt und gilt nach zwei Flügen mit jeweils zwei Triebwerken als Flug erprobt. Die United Launch Alliance, kurz ULA, hat mit der Montage ihrer nächsten Vulcan-Rakete begonnen. Die dann erstmals eine sicherheitsrelevante Nutzlast für die USA transportieren soll. Die US Space Force, die plant das Zertifizieren der neuen Vulcan-Rakete für diesen Einsatz. Beim zweiten Testflug am 4. Oktober, da beschädigte sich ja eine Düse eines Feststoffboosters, was zu Spekulationen über Auswirkungen auf diese Zertifizierung geführt hat. Die beiden BIV-Haupttriebwerke von Blue Origin, die korrigierten den Schubverlust des defekten Boosters und die Rakete erreichte so trotzdem ihre vorgesehene Flugbahn. Laut ULA-CEO Tory Bruno auch mit extrem hoher Präzision. Trotz des Booster-Problems erfüllte der Flug so die Zertifizierungsanforderungen. Die Freigabe für nationale Sicherheitsmissionen, die wird jetzt bald erwartet. Die Untersuchung des Dieselschadens, die läuft weiter, was Starttermine für die Missionen US Space Force 106 und US Space Force 87 verzögern könnte. Die US Space Force Mission 106, die wird vier Booster und den Navigationssatelliten NTS-3 als Hauptnutzlast tragen, um neue GPS-Technologien zu testen. ULA plant für nächstes Jahr bis zu 20 Starts, aufgeteilt zwischen den Vulcan-Raketen und den alten Atlas-Raketen, bevor die ausgemustert wird. Die indische Raumfahrt wird ihre nächste Raketengeneration als teilweise wiederverwendbar ausführen. Die ISRO möchte ab dem dritten Start versuchen, das Next Generation Launch Vehicle, kurz NGLV, propulsiv zu landen. Dabei soll die Rückkehr zum Startplatz, also Return to Launch Zeit, RTLS, das vorherrschende Konzept sein, bis die ISRO das Know-how und die Infrastruktur entwickelt hat, die für die Landung auf dem Meer erforderlich sind, was dann die Nutztast ja steigern würde. Der Erststart der modularen Rakete, die die aktuellen indischen Systeme PSLV, GSLV und LVM-3 ersetzen soll, die ist für 2031 geplant. Todgesagte leben ja bekanntlich länger. Die Raketenfirma Astra, die ich wegen ihres spektakulären Seitwärtsstarts wohl nie vergessen werde, hat einen Vertrag vom US-Verteidigungsministerium erhalten, um ein schnelles und kostengünstiges Startsystem für zeitkritische Weltraummissionen zu entwickeln. Das Projekt umfasst die Rakete Rocket 4 und mobile Bodeneinrichtungen, die an entfernten Startplätzen eingesetzt werden könnten. Astra steckt in einer finanziellen Krise und wurde Anfang des Jahres von der Börse genommen. Wie mein Kumpel Andrew Parsonson von European Space Flight berichtet, plant die französische Raumfahrtagentur CNES die Entwicklung eines europäischen Raumanzuges. Genauer soll es um einen Druckanzug gehen für den Einsatz innerhalb von Raumschiffen für Start und Landung. Zusammen mit Partnern wie Decathlon wurde kürzlich eine erste Studio abgeschlossen. Nun soll ein Prototyp gebaut werden, der an Bord der ISS getestet werden könnte. Dieser Test soll dann prüfen, wie der Anzug in der Schwerelosigkeit funktioniert. Seit etwa einem Jahr wird immer lauter in Europa über die Kopie des amerikanischen Commercial Crew Programms gesprochen. Ein europäisches Commercial Cargo Programm gibt es mittlerweile ja, auch wenn das massiv unterfinanziert ist. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche angucken, hier nochmal ein riesen Dankeschön an alle Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Ihr macht diesen Kanal möglich. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, aktiv den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die Starts der kommenden Woche. Im Schnelldurchgang SpaceX Starlings am Dienstag, 29. Oktober von Vandenberg. China startet am 29. Oktober voraussichtlich Crew zur Tiangong-Raumstation. Rakete, wie ja bei allen Crew-Starts, ist eine lange Marsch 2S. Und das Raumschiff ist Shenzu 19. Die Crew, die wird wie immer erst kurz vor dem Start bekannt gegeben. H3-22S mit militärischem Satellit Kiarameki 3 für Japan von Tanegashima aus, das ist Mittwoch, 30. Oktober. Ja, und eine weitere Ladung Starlings, diesmal von Cape Canaveral, dann auch Mittwoch. Und den Wochenabschluss macht voraussichtlich ein militärischer Kosmos-Satellit aus Russland, gestartet mit Soyuz 2.1b. Das soll am Donnerstag, 31. Oktober passieren, und zwar von Plesetsk aus. Hier noch einmal ein Shoutout für das Familienunternehmen Gießwein aus Österreich. Mit meinem Link bekommt ihr wieder 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Findet ihr auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich mache den Säckig bleiben. Dein Mau.